Hier, fertig. Ich hab' dir mitgebracht. Zieh' das an! Los! Perfix! Wir fahren ein ganz neues Leben an. Wir beide. Wovon? Ta-da-da! Nicht schlecht, Herr Specht, hm? Machst du das her? Nein, 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 nein! Mensch, Gebetsche hier! Ah! Komm mal! Ich verwalte das Geld. Du machst sie jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh' dich an, komm! Zack! Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen! Das ist egal! Hier, das für dich! So kann ich nicht rumlaufen! Ich seh' aus, wie er... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal! Das weißt du ganz genau! Stell' ich mal nicht an! Vielleicht fällt's auf! Oh! Fuck! Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Die Entscheidung liegt bei ihm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020